1 Runde Bändchen Eine Runde Bändchen fahren Was liegt denn da am Boden? Ohne PL12 Sehr schön Das geht Eine Leben wie das ist nicht leben, Toka Alles Oh Oh, 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 oh Und jetzt Sind wir schon da? Hervorragend Was? Ich dachte, es ist gestürzt jetzt ab oder sowas Ahhhh Ein Glück ist dieses Segura so schnell Ich finde ich cool Was? Wie? Wo? Was? Abgesteckte Schmutzlinde Yeah Scheiß Penner Die ist cool So Ähm Den kann ich nicht zugreifen Oh Munition Oh Okay Gibt hier auch irgendeine Tür auf? Öh Tür Tür Beziehungsweise Was ist hier mit eigentlich? Ja gut, das Ding ist im Arisch Aber runter springen sollte ich da glaube ich nicht Weiter fahren mit dem Bändchen kann ich auch nicht Hm Hm Ja, der war jetzt gut Ha Ihr Backpflaumen Ähm Ähm Warte mal Was steckt Ne Also ich komm da rein Da ist Munition die ich nicht verwenden kann Da hoch komme ich auch nicht Da hoch komme ich auch nicht Da hoch komme ich auch nicht Okay Ich versuche jetzt einfach mal hier runter zu springen Ähm Kommt da eh nicht raus Ah Warte mal Okay, ich verstehe So Haarstuhl Geht doch Jetzt gleich wieder jemand auf mich ballert Baller ich zurück Sieht aber nicht danach aus Und nochmal das Sägeblatt Ich habe aber schon eins Oh Oh Und ich soll es immer gut Bergsteine Nö, brauche ich nicht Was noch mal hier drüben Benutzen Aha Bäm Ähm Bäm Die Schnauze Scheiß Gesichtsbaracke Achso Da kann ich dann rüber Wahrscheinlich Hm Ähm Bäm Ah Hier Ein großes Hammer schon aber Nee Ich bleibe meiner Lieblingswaffe Hallo Bäm 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 Komm Explodier schon du scheißding Hehehehe Geht's nix Du hast nix zu lachen Junge Bäm Schnitz Ich schnitz Ich schnitz dir Einen Arschloch vor dir im Bauch Den kannst du vorne rauskacken Ich explodier schon Naja Bis zu heute entfernt Eieiei Eieiei Ja Hallo Schnitz den Typ jetzt Endlich Auf Danke Und wer schmeißt hier eigentlich die ganze Zeit diese Fässer runter Ah Ich weiß wo sie stünden soll Nachladen Nachladen Äh Waffe mitnehmen Danke Für das Hintertor Mö Moment 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 da ist Munition Nochmal Munition Ja wahrscheinlich genauso wenig Gewehr Munition Oh yeah Besen Besen Was will ich mit einem Besen Was will ich mit einem Besen Oh Treten Hallo Ich bin daheim Äh Die Korsikow Will ich das Und dann lasse ich die andere fallen Ne Ich lasse die mal Ähm Wobei ich müsste mal noch in der Statistiken vergleichen ob die Korsikow tatsächlich mehr Schaden macht Wird ich gleich mal schauen Au Au Warte mal ganz kurz Ähm Nein nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut Nicht gut Bäm Schnitz Schnitz Alta Geht mir auf die Nüsse Okay Dann halt eben auf die Art und Weise Siehste wie das geht Bäm 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 Oh oh Aaaaah Bäm Bäm Liste Sag doch Leg dich nicht mit mir an Oh oh Bäm 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 Die wollte es heute aber echt wissen Ja? So Da war doch irgendwas Aber nichts was ich verwenden kann Eine Straße von Manhattan Ja gut Manhattan ist das nicht Entkommen wir den Karnibalen. Ja, das dürfte ich wohl geschafft haben. Was ist denn da hinten? Eine unnütze Waffe. Alkohol. Was steht da drauf? Matt Tom Whisky. Okay. Ich bleib dann lieber beim Check the Angels Whisky. So. Herein. Hm. Klopfen kann ich auch. Dass ich da nicht rühren ist allerdings... Ah, ein gestörtes Kind. Jetzt verstehe ich das Ganze. Ähm. Ja. So geht's auch. Hey, was ist das? Ja. 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 Das war doch klar. Ja. 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 Oh, ich mag ihn jetzt schon nicht. Wo ist er denn? Abgesägte Schrotflinte? Oh, ja, 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 bitte, 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 bitte. Und dann haben wir noch ein Sägeblatt. Wo ist er? Oh, da hinten ist er. Oh, oh. Das wird kein Spaß. Ah, hier ist Munition. Aber die lasse ich mal jetzt noch. Oh, oh. So ein Mist, so ein Mist. Holy moly. Soll ich tatsächlich hier auf das Ding da drauf schießen? Das ist halt ne gute Frage. Oder bringt das überhaupt gar nichts? So eine verdächtige Markierung ist halt immer, ja, schieße drauf so viel wie du kannst. Irgendwann ist ja der Munition leer und, ja, bringt halt auch viel zu fliegen. Ich hab keine Ahnung, ob das ist Ding. Oh mein Gott. Ist das so gut? Ah ne, was weiß ich jetzt, wir will. Soll ich nicht. Okay, wir müssen jetzt gehen. Okay, wir können dann einfach ein Mist tun. Wow! Sein Kampf! Oh, was ist denn das? Hallo, was? Egal, was ist das? Oh, was ist das? Aber anschaue sich dann immer noch nicht. Aber, was ist das? Weißt du, ich scheint die Beine mal in die Hand zu nehmen, nein, seufzt. Okay, vielleicht ein bisschen zu... Oh oh, ich habe ja gerade keine Munition für die Shotgun. Hier war doch noch... Äh, ja. Gibt es hier irgendwo Munition? So, nachladen. Ach, der holt sein Schild dann wieder. Erstmal weg hier. Hier war Munition, hier. Und dann haben wir hier unten noch was. Ah, eine Pistole voll. Das ist schon mal nicht schlecht. Da nehme ich doch... Ich war doch immer schön fach und artig. Jetzt geht es richtig los. Ich wechsle mal ganz kurz zur Pumpgun. Bäm. Boah, boah, boah. Ey, Alter. Lauf halt mal. Ey, lauf. Ey, jetzt nicht. Jetzt gänzlich. Lauf. Um Gottes Willen, lauf. Lauf, 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 lauf. Zuerst die zwei Idioten hier. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. Weg, weg. Dein... Gut, grundsätzlich war das gar nicht mal so schlecht. Oh, nachladen. Oh, 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 oh. Ey. Lauf. Warte, lauf, lauf doch. ja, zieh durch alter oder liegt da abgestickte Schotfeld auf dem Boden waaaaa lauf der Typ ist ganz schön fliegt ne kann man jetzt nichts drüber sagen, langsam ist er nicht aber so speckt er auch noch ein bisschen ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn ich mich hier versuche durchzuballern bis dahin, noch einen schönen Tag bis dahin